Also ein Stück Eigenverantwortung gehört nun mal dazu, was ja aber auch irgendwo der Vorteil von Bitcoin ist und dafür entscheide ich mich auch irgendwie dafür, eben weil ich alles in der Hand habe. Also klar kann man es so und so sehen, ist bestimmt ein zweischneidiges Schwert, aber ich denke nicht, dass unsere Existenz ein Beweis dafür ist, dass Bitcoin irgendwelche besonders hohen Gefahren hat. Ich denke eher, dass der Mensch und wenn man sich selbst damit beschäftigt, dass hier die größte Gefahr ausgeht, wenn man es nicht tut quasi. Unser Podcast wird unterstützt von Relay, der App zum einfachen Bitcoin-Kauf und Shift Crypto, dem Hersteller der Hardware Wallet Bitbox 02. Alle weiteren Informationen zu diesen beiden und die Rabattcodes findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo Bruno, hallo Bastian, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass es euch die Zeit nimmt. Vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen Dank. Hallo. Genau, bevor wir beginnen, sehr spannendes Thema heute. Manuel, du hast noch ganz kurz was zu erwähnen zu unserem Thema Value for Value. Ganz genau. Liebe Grüße und vielen Dank geht raus an Vichuru. Vielen Dank für deine Spende in der letzten Folge. Hat uns sehr gefreut. Genau, vielen Dank auch von mir. Und jetzt können wir nämlich loslegen. Wir haben nämlich heute, wir haben jetzt gesagt, wir bringen diese Podcast-Folge extra am Ostersonntag raus, weil wir heute keine Ostereier suchen, sondern möglicherweise Recovery Seeds, haben wir jetzt gesagt, das wollen wir in diese Richtung gehen, weil wir sprechen im Podcast häufig über Aufbewahrungsthema, wie man Recovery Seeds aufbewahrt, warum das so wichtig ist. Aber bei euch kommt dann irgendwann schon der nächste Schritt, was passiert, wenn ich doch mal den Fehler begangen habe und ich kann nicht mehr darauf zugreifen. Bevor wir da reinspringen, was ihr genau macht, möchte mal ganz kurz, Bruno, vielleicht fängst du an, was macht ihr denn genau und wie seid ihr auf diese Idee von ReWallet gekommen? Also ich bin Geschäftsführer, Mitgründer von ReWallet. Wir helfen Menschen, den verlorenen Zugang zu ihren Kryptowalls wiederherzustellen, also wieder Zugriff auf ihre Bitcoin, Ethereum und auch andere Coins und Token zu erhalten. Machen das seit 2010, äh 2020 und ja, haben inzwischen schon mehreren hunderten Leuten geholfen, wieder Zugang zu ihren Coins zu bekommen. Sind hier in Berlin stationiert, haben dann gestartet im deutschen Markt, jetzt auch immer mehr international in den letzten zwei Jahren, und dann Leuten auf dem ganzen Klobus dabei geholfen, wieder Zugang zu bekommen. Sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ihr habt es jetzt beide schon angesprochen, den Begriff Wallet. Die langjährigen Hörer und Hörerinnen des Podcasts wissen natürlich, was ein Wallet ist, aber für all die, die jetzt zufällig reingestolpert sind, vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen, was ist denn eigentlich ein Wallet? Mhm. Ja, also man kann sagen, ein Wallet ist ein Tool, was dir hilft, wenn du deine Kryptowährungen empfangen, senden, auch generell verwalten möchtest. Haben dann öfters, auch im Austausch mit dem Kunden, ist heute häufig auch so die Vorstellung, okay, sind irgendwie in dem Wallet drin die Coins. Letztendlich sind da drin jedoch nur die Schlüssel, also in dem Fall die Private Keys, aber auch die Public Keys. Das heißt, auf den Public Keys kann man dann sehen, wie viele Coins da liegen, und mit den Private Keys weiß man letztendlich gegenüber der Blockchain nach, dass man auch der Eigentümer ist, dass man darüber verfügen darf, über die Coins. Und ja, deswegen ist es besonders sicher, da drauf aufzupassen, weil wenn das dann verloren geht, dieser Nachweis, dann kann da leider niemand mehr die Coins wieder zurückholen. Die sind dann verloren, wenn man dann auch da auf dieses Wallet die Zugriff verloren hat. Genau, du hast ja den großen Punkt angesprochen, es ist wichtig, darauf aufzupassen, aber natürlich kann es trotzdem passieren, wie auch immer, ich habe vergessen Passwort bei irgendwelchen Plattformen. Ich habe das Problem, dass ich irgendwie meinen Seed mit 24 Wörtern plötzlich die Hälfte reiße, ich habe nur noch 12 davon, und da kommt ja ihr ins Spiel dann. Wollen wir vielleicht einfach damit beginnen, dass ihr uns mal erklärt, was denn so ein konkreter Prozess ist, wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme, was sind denn so Fälle vor allem, wann würde ich denn euch anfragen, wenn ich ein Problem habe? Gerne, also generell kannst du uns immer dann anfragen, wenn du merkst, okay, hey, ich habe keinen Zugang mehr zu meinen Bitcoin, zu meinen Kryptos, und ich weiß nicht mehr ganz so recht, wie ich da in mein Wallet reinkommen soll. Und wie du uns dann kontaktierst, ist entweder bei uns über die Website direkt, wir haben da ein Anfrageformular, in dem wir bereits schon mal erste Fragen zu deinem Case generell stellen, das heißt, okay, worum geht es überhaupt, da kannst du uns auch eine kurze Übersicht über dein Problem geben, oder du kannst uns auch einfach gerne per Telefon anrufen, und dann quatschen wir da gerne kurz über deinen Case. Und danach müssen natürlich ich, Bruno und der Rest von Team uns einmal kurz zusammenschalten und auch mal über deinen Case auch sprechen, okay, was ist jetzt genau die Problemstellung, können wir dir helfen und brauchen dann darauf basierend natürlich auch nochmal Input. Also das Ganze nochmal ein bisschen genauer zu identifizieren, hast du jetzt zum Beispiel dein Passwort verloren, du hast es eben schon angesprochen, bei welchen Cases können wir helfen. Das eine große Thema ist natürlich die Passwortwiederherstellung, also dass man sagt, ja, ich habe noch folgende Vermutungen, vielleicht habe ich die und die Komponenten im Passwort verwendet, und dann ist es natürlich wichtig für uns, uns auch ein bisschen so in die Lage von dir hinein zu versetzen, ja, also wo warst du während der Passworterstellung, was ging dir da so durch den Kopf? Eine andere Fragestellung oder ein anderes Problem, um das wir uns natürlich auch oft kümmern, ist dann mit der Verwarnung im Zusammenhang der Seed Phrase, ja, da kann ja auch oft mal was, ja, falsch laufen, es werden einzelne Wörter vielleicht nicht richtig dokumentiert, oder was auch ganz spannend in so einem Zusammenhang immer ist, ist, wenn Leute versuchen, den Seed besonders sicher zu gestalten, indem sie den dann selbst durch eigene Vertauschregeln noch ein bisschen, ja, sicherer gestalten und die Vertauschregel, wenn man den dann wieder eingeben muss, ist dann gar nicht mehr so geläufig, dann versuchen wir natürlich auch erstmal rauszufinden, okay, wo geht es konkret in dem Fall drum und welche Informationen sind da noch vorhanden? Und dann natürlich auch noch alle Cases, die sowas wie Datenverlust angehen, also sei es jetzt, du hast dann bei Bitcoin Core mit dem Client vielleicht irgendeinen Fehler, die Wallet zu öffnen, also wird dir da eine Fehlermeldung angezeigt, wenn du dein Wallet importierst, oder du hast vielleicht Daten von deiner Festplatte gelöscht, die dir jetzt besonders wichtig für die Wiederherstellung sind, ja, dann kann man natürlich auch zu uns kommen, dann können wir auch versuchen, hier Daten zu retten und dann damit das Wallet wieder herzustellen. Also, wie man schon hört, wir können bei sehr, sehr vielen Problemstellungen helfen. Es ist natürlich auch immer so, es kommt auf die Details jeder Problemstellungen dann wirklich an, wo wir ansetzen können und wie wir noch ansetzen können. Da kann ich auch nochmal ergänzen, also jetzt das Thema Hardware-Wallets ist, denke ich mal, auch bei eurer Community ein häufiges Thema. Wir haben ja auch recht viele Anfragen, das ist dann immer recht bedingt, weil wir haben ja auch, wie man da helfen kann, wir haben ja auch Sicherheitsvorkehrungen. Teilweise beim Trezor gibt es da noch Ansätze, wenn man wirklich den Pin vergisst, dass wir da auch helfen können. Bei Ledger, Bitbox und weiteren ist es noch nicht so einfach möglich, beziehungsweise bei Trezor ist es jetzt auch nicht einfach, aber es ist an sich, gibt es einen Ansatz dort, je nach Firmware-Version. Und wir merken aber häufiger auch bei den Hardware-Wallets so das optionale Passphrase. Das ist ja so eine Möglichkeit, dann nochmal extra Sicherheit hinzuzufügen zu seinem Wallet, indem man nochmal das mit dem Passwort versieht und dann in ein ganz eigenes Wallet, oder eigene Wallets generiert, die genau hinter diesem Passwort liegen. Das merken wir so im deutschen Raum, gibt es dort häufiger dann auch Probleme. Und sonst haben wir auch On-Chain-Themen, wo wir helfen können. Also das sind dann beispielsweise Multisig-Probleme, Smart-Contracts, wo noch Coins gelockt sind und wo möglicherweise das Interface davor einfach war über ein Web-Interface, inzwischen die aber abgeschaltet sind. Und jetzt muss man da halt über die Kommandozeile die Coins dann runterholen. Also das sind all so Themen, die dann da immer aufkommen. Das ist immer sehr divers. Da kriegen wir auch fast täglich eine neue Anfrage, wo wir uns erstmal reinarbeiten müssen. Ihr habt ja jetzt gesagt, wir kamen auf eure Ausführung zu sprechen, auf die Frage, wie läuft so der typische Prozess ab? Ihr habt jetzt gerade gesagt, es gibt einen Fragebogen unter anderem, oder ich weiß nicht, ob ihr es gesagt habt, auf eurer Homepage habe ich auf jeden Fall die Information gefunden, dass es den Fragebogen gibt, unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten. Und ihr habt gerade gesagt, ihr tauscht euch dann auch erstmal intern aus. Könnt ihr eine Quote nennen, derjenigen, die ihr dann von vornherein nicht nehmen könnt? Oder anders gesagt, wie hoch ist eure Annahmequote? Ja, also generell können wir sagen, so von denen, die jetzt bei uns eine Anfrage stellen, nehmen wir so 30 bis 40 Prozent. Das ist so der Rahmen der Cases, die wir dann auch tatsächlich annehmen. Und von diesen 30 bis 40 Prozent, wenn wir dann in die Recovery übergehen, können wir auch so um die 40 Prozent dann auch tatsächlich lösen und den Kunden dann das Wallet zurückgeben, ja. Okay, das heißt also, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, ich gebe euch meinen Fall, unabhängig davon, was es ist. Da kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen drauf, weil wahrscheinlich unterscheidet sich, denke ich mal, untereinander das Ganze. Wie geht es denn weiter dann? Also ich habe euch das gegeben und jetzt sagt zum Beispiel, Jonas, dein Fall, den können wir wahrscheinlich durchführen. Was passiert dann? Muss ich irgendwas zahlen? Was muss ich euch denn bieten? Was muss ich euch zusenden? Und wie ist der weitere Prozess dann? Also wenn wir uns dann entschieden haben, dass der Fall bei uns in die Recovery kommt, dann bekommst du noch einen Dienstleistungsvertrag von uns. Der sichert einfach nochmal uns beide dann quasi rechtlich dahingehend ab. Und dann brauchen wir natürlich auch noch deine Daten für die Recovery. Das heißt jetzt beim Seed Phrase eben Teile des Seed Phrase oder den ganzen Seed Phrase, beim Passwort eben noch dein Passwort Briefing und halt ja generell das Material, mit dem wir arbeiten können. Da legen wir natürlich dann auch viel Wert drauf, dass die Sachen auch sicher zu uns kommen, also dann lediglich in der verschlüsselten Kommunikation. Oder Bruno hat es auch schon angesprochen, bei einem Hardware Wallet, wenn wir jetzt wirklich physisch eine Festplatte oder in seltenen Fällen dann ein Hardware Wallet brauchen, dann würden wir das auch entweder per Kurier abholen lassen oder könnten uns dann auch gerne hier in Berlin treffen und das dann ja in Person auch übergeben. Also so ist mal der Step, bis dann quasi alle Daten bei uns sind. Und dann würden wir auch schon in die Recovery rein starten. Und das ist natürlich auch dann ein sehr spannender Prozess. Also da vergehen manchmal wenige Tage, bis wir erfolgreich sind, bis auch manchmal dann natürlich mehrere Wochen. Ist natürlich auch hier wieder sehr, sehr individuell und sehr abhängig von der Problemstellung. Aber hier kann man auch generell nochmal sagen, hier passiert auch oft nochmal Absprache mit Kunden dann hinsichtlich, okay, wir haben jetzt schon Dinge probiert, neue Erkenntnisse gewonnen und dann muss man vielleicht auch nochmal Rücksprache halten, okay, gibt es noch konkretere Vermutungen vielleicht, gibt es noch weitere Details, die bis dahin eingefallen sind. Und so ist dann der Ablauf, bis wir dann, ja, hoffentlich das Wallet erfolgreich wieder übergeben können an den Kunden. Ich könnte mir vorstellen, oder es wird durchaus interessant sein, zu wissen, was ihr dafür für eine Gebühr nehmt. Auf eurer Homepage habe ich gelesen, ihr nehmt 20%. Da haben wir uns die Frage gestellt, also erstmal vorneweg, 20% finde ich auf jeden Fall angemessenen, fairen Betrag. Finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich meine, da steckt auch viel Arbeit rein. Ist da, ist es einfach so bei euch ausgestaltet, dass ihr die 20% nehmt von dem wiederhergestellten Wallet oder habt ihr da andere Modalitäten? Genau, also wir nehmen das dann, was wir wiederherstellen können, 20%. Das heißt, in der Währung auch, die wir das wiederherstellen, senden unseren Anteil an unsere Adresse und übergeben dann die restlichen 80% an den Eigentümer. Da gibt es so ein paar Fälle, wo dann irgendwie Coins oder NFTs auch im Spiel sind, wo es halt nicht so möglich ist, 20% zu nehmen. Da gucken wir dann nach einer Lösung, die irgendwie alle Seiten dann abdeckt. Sei es beim NFT, kann man ja schätzen ungefähr, wie viel ist der Wert und dass wir das dann in anderen Coinen dann bekommen, beispielsweise. Aber sonst, meistens ist es sehr unproblematisch, weil wir stellen es dann her, senden 20% an uns und dann die restlichen verbleiben dann im Wallet. Heißt auch im Umkehrschluss, ich als Kunde habe eigentlich gar kein Risiko, weil ich zahle euch erst dann im Erfolgsfall und vorher entstehen für mich keine Kosten. Richtig, genau. Also wir sitzen mit dir im gleichen Boot letztendlich, also profitieren dann auch nur, wenn du wieder Zugriff hast auf deine Coins. Noch eine Anschlussfrage, habt ihr eine Untergrenze? Weil ihr seid ja schon gegebenenfalls sehr lange damit beschäftigt. Sagt ihr dann, naja, es sollte sich halt auch lohnen, unabhängig von diesem prozentualen Betrag, dass ihr sagt, unter Summe X lohnt es sich einfach nicht für euch? Also generell jetzt nicht. Natürlich, wenn es jetzt eine niedrige Summe ist und da viel Zeitaufwand dahinter steht, dann müssen wir das schon abwägen. Also dann sagen wir, okay, es ist auch bei Passwortfällen, zum Beispiel, wie viel Zeit investiert man dann, wie viele Calls macht man mit dem, um das Passwortmuster zu verstehen. Natürlich ist das dann bei einem größeren Wallet mehr Calls als jetzt bei jemandem, wo es dann um 100 Euro beispielsweise geht. Auf jeden Fall, aber wir haben jetzt keine feste Grenze, wo wir sagen, okay, das machen wir nicht. Wir machen auch immer abhängig halt, wie komplex ist dann der Fall. Wenn es jetzt ein Fall ist, wo wir das komplett eigenentwickeln müssen, dann gibt es dann schon eher eine Grenze, als wenn es jetzt ein Fall ist, wo wir schon häufig helfen konnten. Klar. Da stellt mir jetzt eine Frage. Ich setze mich jetzt mal in die Lage eines Kunden, einer Person, die ein Problem hat. Nehmen wir jetzt mal einen Fall. Ich suche mein Recovery Seed mit 24 Wörtern, den ich meiner Bitbox erstellt habe und merke, oh Gott, ich habe das nicht auf Metallplatte geschrieben, sondern ich habe zwei Metallplatten und ich habe die zweite Hälfte verloren. Einfach mal. Ich habe nur noch 12 von 24 Wörtern. Was sollte ich in dem Moment machen? Erst mal in Panik geraten, um die durchs Haus rennen und schreien. Wie soll ich mich in diesem Moment verhalten? Welche Informationen sollte ich sammeln? Was sollte ich tun, bevor ich euch da kontaktiere? Und vor allem, kann ich etwas tun, bevor ich überhaupt in Kontakt mit euch trete? In deinem Fall ist es natürlich schwierig, weil wenn die Hälfte verloren geht, man gibt ja auch, die benutzen nur 12 Wörter, das ist trotzdem sicher. Deswegen, das ist dann schon so eine Summe an Wörtern, wo man dann auch wirklich noch was finden muss. Weil wenn man jetzt nur 12 Wörter hat von 24, dann reicht das nicht. Und da können wir auch mit unserer Rechenleistung gar nicht ansetzen. Deswegen geht es da dann schon eher so, ja, Ruhe bewahren und zu überlegen, gibt es nicht irgendwo noch, wo ich es verlegt habe? Weil wir dann wirklich tief reingehen, dann auch mal zu denken, was war das denn für eine Zeit, wo ich es erstellt habe, das vielleicht mal zu reproduzieren? Also nochmal genau in diesen Prozess zu gehen, ich setze jetzt die Bitbox ein, klicke, gucke mir die Wörter, lasse ich mir anzeigen. Das ist dann eher so eine Thematik, dass man da psychologisch, wie ich es mal beschreiben, aber dass man dann halt hingeht und versucht irgendwie noch mehr aus seinen Gedanken da von der Vergangenheit herauszulesen. Okay, das heißt, man kann euch, weil ihr vorher auch differenziert habt, zwischen einerseits dem Passwort und andererseits dem Recovery Seed selbst, das Leben einfacher machen, wenn wir euch hinsichtlich des Passworts relativ viele private Informationen gibt im Kontext des Zeitpunkts der Passworterstellung. Also wo war ich, was habe ich gemacht? Keine Ahnung, hatte ich zum damaligen Zeitpunkt eine Freundin, die es jetzt vielleicht nicht mehr gibt, war ich im Urlaub? Solche Dinge, die klopft ihr dann alle ab und das fließt bei euch mit ein, in die Arbeit, ja, das Passwort eben wieder herzustellen. Habe ich es richtig verstanden? Genau, also das hilft, das ist auch ein Ansatz. Natürlich haben meistens die Leute auch so ein Standard-Passwort, was die irgendwie verwendet haben und dann haben die eine Variation davon, spiegeln da gerne mal Sachen da drin, Wörter, hängen hinten nochmal was dran, weil es ja extra sicher sein muss, wenn es dann jetzt hier um Bitcoin geht, ist so meistens dann der Gedankengang bei den Leuten. Und ja, also es hilft viel, um mal ein paar Beispiele zu nennen, also häufig sind dann von der Tochter oder dem Sohn dann der Name drin oder wir hatten ja auch letztens mal einen Fall, das war ganz spannend, da wussten wir dann, wussten wir, okay, die Telefonnummer ist das von der Person und dann hatten wir da ein paar Tests gemacht und dann haben wir letztendlich das Passwort gefunden, das war aber jetzt nicht die Telefonnummer von ihr, die da drin war, sondern vom Hermes-Paketshop in ihrem Dorf. Also das war ganz spannend, habe ich es ihr gesagt, ihr habt es auch überhaupt nicht verstanden am Anfang und dann irgendwie nach einer Minute kam das dann so, ja, genau an dem Tag hatte ich irgendwie ein Paket da abgeholt und dann dachte ich, das wäre doch ein super Passwort. Also es hilft dann schon, weil dann genau sowas, sonst könnte man das ja gar nicht machen. Das heißt also, man sollte sich, bevor man das Ganze macht, auch wahrscheinlich Gedanken darüber machen, also schon vorher darüber Gedanken machen, wie sicher ist denn mein Passwort, wenn wir mein Passwort jetzt bleiben, dass ich weiß, okay, dieses Passwort kann ich mir möglicherweise in Zukunft auch wieder merken oder es hat irgendeine Verbindung zu etwas, weil wie du gesagt hast, wenn es vom Hermes-Paketshop ist, bringt es mir relativ wenig in Zukunft. Gibt es da, oder habt ihr da so Ideen und Tipps, die man da schon vorher beachten kann, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein neues Passwort vergebe? Ich tippe jetzt mal, dass das relativ allgemeine Tipps für ein Passwortmanagement sind, denke ich jetzt mal. Ja, also letztendlich unterscheidet sich das nicht viel. Natürlich ist auch die Frage, speichern wir das irgendwo in den Passwortmanager ab oder da muss man das natürlich auch irgendwie backuppen, sicher gestalten, wenn man jetzt so allein letztens, ich glaube, der LastPass wurde dann gehackt und dann sind dann plötzlich auch die Passwörter irgendwie im Internet und in Gefahr oder seine potenziellen Gefahr. Ja, also sicher gestalten, trotzdem irgendwie dran erinnern können, wenn man es doch nicht irgendwo abspeichert im Passwortmanager, vielleicht sogar physischen Backup machen, das ist aber auch immer so ein Abwägen, weil wenn ich jetzt beispielsweise jemand bin, der dann in einer WG wohnt, dann ist das natürlich irgendwie, konnte potenziell jemand Fremdes dann da irgendwie auch drankommen. Also muss man irgendwie immer abwägen. Also das gibt da jetzt nicht so eine klare Antwort, weil sonst natürlich je mehr Zeichen das sind, Sonderzeichen, Zahlen und da kein besonderliches Muster drin ist, desto sicherer ist es, macht dann für uns die Arbeit natürlich auch dann schwieriger, weil dann viel, viel mehr Passwortmöglichkeiten es dann gibt. Jonas hat ja gerade beschrieben, wie er panisch durch die Wohnung gerannt ist, weil er die Hälfte seines Seeds verlegt hat. Da meintest du, wenn die Hälfte fehlt, ist es schwierig. Gibt es eine Anzahl an Worten, wo ihr sagt, das ist die Grenze, bis dahin kann man es noch, ich weiß nicht, ist es dann eine Brute-Force-Attacke oder wie geht ihr da vor? Also wenn man genau weiß, wo die Stellen sind, also wenn jetzt wirklich die erste Hälfte hat man, die zweite dann nicht mehr, dann weiß man genau, okay, dann ist es letztendlich durch diese 2048 Wörter, die es dann immer gibt pro Stelle, dann kann man damit eine Brute-Force durcharbeiten. Muss natürlich gucken, habe ich jetzt die Adresse oder nicht, dann muss ich vielleicht noch eine Adressdatenbank dort im Hintergrund haben, wo ich dann alle Adressen mit einer Balance habe. Ja, am Ende ist es dann ein Brute-Force und dann gibt es schon, also ich sage mal so, ab vier wird es schon abwegig. Also drei, vier, dann, also drei würde ich sagen, können wir noch gut machen. Vier muss schon irgendwie eine Summe drauf sein, wo es sich wirklich lohnt, weil man dann viel Rechenleistung benötigt, dann muss man halt dann auch gegenrechnen, okay, das am Ende bekomme ich raus, das stecken wir rein an Hardware, aber auch jetzt Stromkosten letztendlich, also ganz banal. Also da muss man dann schon in die Abwägung gehen, aber ich würde so sagen, drei, vier, das ist so dieser Spot, wo es dann sich entscheidet. Ja, weil gerade eine der größten Fragen, und das hatte ich, zufälligerweise diese Woche hatte ich mit jemandem gesprochen, der mit Bitcoin nichts am Hut hatte und hat ihm gezeigt, dein Backup besteht aus zwölf Wörtern. Und seine erste Aussage war, naja, das kann ja jemand sofort erraten, wo ist das Problem? Und wir haben das im Podcast auch schon häufig angesprochen, das hört man auch in der Bitcoin-Community häufig, das ist dieser Punkt, naja, das ist ziemlich schwer, das rauszubekommen. Das heißt also, du bestätigst jetzt in der Praxis, dass ihr auch es nicht schaffen würdet, ja, diese zwölf Wörter einfach so relativ schnell zu erraten und zufälligerweise in meinen Wallet zu finden. Also kann man mit diesem Mythos ein bisschen aufräumen? Ja, ich meine, das steigert ja schon sich so schnell, also ein Zeichen sind 2000, dann sind zwei schon mehr als vier Millionen und dann genauso wächst es und wächst es. Ich habe jetzt keinen visuellen Vergleich, aber ich glaube, irgendwann mal war es dann schon so, bei 24 sind es dann irgendwie so viele Atome gibt es auf der, im Universum. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so. Also das steigt dann alles schon sehr, sehr schnell an und nee, das ist dann durchaus sicher, wenn man jetzt sagt, okay, die Wörter wurden auch mit einem sicheren Gerät oder mit einem sicheren Algorithmus generiert, das ist dann vielleicht da eher so die Problematik, wo kommt dann diese Zufallszahl, die dann hinter dem Seed steckt, überhaupt her. Ihr habt es ja anklingen lassen, so ein paar Sachen scheinen häufiger vorzukommen. Würdet ihr aufgrund eurer Erfahrung den Leuten dazu raten, die Backups möglichst simpel zu halten, also gerade den Seed beispielsweise nicht nochmal in Anführungszeichen zu kodieren, dass ich Wort 1 an die dritte Stelle schreibe und 12 an die erste Stelle und so weiter, dass man das einfach so aufschreibt, wie es ausgegeben ist oder sagt ihr, naja, muss halt jeder selber wissen, aber das Risiko steigt halt doch erheblich aufgrund der Seltenheit, die man die Wörter eben braucht, dass man sich da nicht mehr daran erinnern kann und dann ist der Zug gegebenenfalls abgefahren, salopp gesagt. Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja meistens dann eher mit den Fällen zu tun, wo es dann dies nicht wieder hinbekommen, also vielleicht haben wir da auch ein Bias dazu, dass wir halt dann ganz oft das mitbekommen, deswegen, aber aus meinem Gefühl würde ich sagen, das dann lieber nicht zu machen oder halt wenigstens dann auch ganz klar irgendwo zu dokumentieren oder so nachzuhalten, dass man das noch genauso durchführen kann. Vielleicht auch mal so ein Try-Run, es gibt ja auch manche Apps mit dem sicheren Messaging, die dann alle paar Wochen mal fragen, hier, was ist noch dein PIN? Dass man so nach der Methode vielleicht alle paar Monate mal durchspielt, ob man das noch hinbekommen würde. Ja, aber aus meiner, also aus unserer Erfahrung her, da kann schon häufig was schief gehen, besonders wenn es dann komplex wird und man da vielleicht sogar irgendwelche Sachen wie eine Spiegelung mit reinmacht oder man unterstreicht Wörter und schiebt die dann auf die andere Seite, also so Themen haben wir alles. Da kann schon einiges schief gehen, ja. Und genau, wenn wir bei dem Recovery-Thema bleiben, was ich sehr interessant finde, sollte ich denn neben diesen Wörtern noch etwas anderes notieren? Kann ja sein zum Beispiel, ich habe jetzt vor fünf Jahren einen, nehmen wir einen Ledger zum Beispiel, das Hardware-Ledger benutzt und sollte ich zum Beispiel sowas notieren, welche Wallet ich benutzt habe, welchen Computer, welche Software, ist euch sowas hilfreich dann bei der Recovery am Ende? Und durchaus, wenn es jetzt besonders wäre, mit Fällen dann zu tun, wo es dann sehr exotische Hardware-Wallets sind, wo es auch gar nicht so bekannt ist, weil die es gar nicht mehr die Software funktioniert, also da hilft es dann besonders, wenn man auch die Adresse hat, wenn man die sich irgendwo aufschreibt, weil wir dann gucken können, okay, welcher Derivation Pass könnte es sein, weil, oder auch, dass die teilweise dann die Logik erweitern, ein optionales Passwort jetzt dran setzen, obwohl du selber keins setzt, also so Hardware-Wallets gibt es dann teilweise auch, deswegen ja, also besonders, wenn man jetzt ein exotisches Modell hat, was nicht interkompatibel ist mit anderen Geräten, da sollte man dann besonders aufpassen, generell vielleicht sogar die Finger eher von lassen, also das ist so unser Gefühl, wir hatten jetzt letztens einen Fall, oder jetzt recht viele kriegen Anfragen zu einem Wallet, was im Cardano-Bereich, Infinito-Wallet, um es jetzt nochmal konkret zu nennen, und die haben jetzt abgeschaltet das Wallet, man kann nicht einloggen, man kann die Seed eingeben, aber man kann nichts mehr versenden, und die kamen halt auf die Idee, das selber zu implementieren, also wie die die Schlüssel ableiten, und das ist halt überhaupt nicht kompatibel mit keinem anderen der aktuellen Wallet-Anbieter, und deswegen mussten wir dann auch sowas wie eine, also da hat es zum Beispiel dann geholfen, auch die Klienten-Software noch zu haben, also wirklich diese, beim Ledger, wäre es Ledger Live, Trezor Suite, auch hier die Software von Bitbox, dass man davon auch noch ein Backup macht, das hilft uns dann noch einen Ansatz dort zu haben, und zu gucken, okay, wie funktioniert das, wie kommuniziert die Software, möglicherweise, je nachdem, in welcher Sprache das geschrieben ist, kann man dann noch so Rückschlüsse drauf ziehen, also das hilft schon, generell auch ein Backup von der Software zu haben, die Installationsdatei, das kann ich auch empfehlen. Angenommen, ich habe jetzt meinen Zugriff verloren, bin Kunde bei euch geworden, ihr habt mir geholfen, ihr habt es wiederhergestellt, ich habe 80 Prozent davon, bin glücklich. Ratet ihr euren Kunden dann, dass sie das restliche Guthaben auf ein neues Wallet transferieren sollen, weil im Endeffekt not your keys, not your coins, und in dem Fall hättet ihr auch noch Zugriff, also sagt ihr, im Endeffekt, ihr könnt uns vertrauen, weil ihr natürlich auch ein gewisses Renommee habt, das auf dem Spiel steht, oder sagt ihr trotzdem, sicher ist sicher, man weiß nie, was passiert, nehmt ein neues Wallet. Auf jeden Fall, also wir sagen, es ist auch uns unangenehm, weil wenn da irgendwas schief läuft, es sich vielleicht fischen lässt, der Kunde nachträglich und dann die abgehoben werden, dann sind natürlich wir so die ersten Verdächtigen, deswegen, machen wir auch gerne einen Outreach, Bastian ruft auch gerne nochmal an und sagt, okay, wir hatten vor einem Monat mal dein Wallet wiederhergestellt, willst du es nicht dann doch mal auf eine Wallet-Solution eine neue senden, wir helfen dir auch dabei, also wir sind dann schon sehr dabei, dass wir das schnellstmöglich wieder da auch runterbekommen. Das heißt also auch, wahrscheinlich haben wir möglicherweise auch einige den Gedanken, ich gebe euch jetzt meine Wallet, ich schicke zum Beispiel Bastian, schicke ich meine Bitbox vorbei, wie achtet ihr darauf oder wie stellt ihr sicher, dass in diesem Prozess auch nichts passiert? Es könnte natürlich auch sein, dass ihr jetzt einen Fehler macht und plötzlich die, ja ihr habt keinen Zugriff mehr auf den Schlüssel dann, was passiert denn dann? Also wie geht ihr davor? Habt ihr da irgendwie Prozesse im Hintergrund? Also vorab ja mit der Verschlüsselung, das ist halt ein großes Thema, dass wir dann immer nicht nur über einen Channel kommunizieren, am besten auch PGP-Encrypted, wenn das nicht geht halt, dass wir verschiedene Channel kombinieren, dass man dann auf dem einen verschlüsselt sendet, über ein anderes dann das Passwort, also das zum einen, dass dann auf dem Weg dann nicht was, möglichst wenig, also natürlich komplett ausschließen kann man es nicht, wenn der Rechner irgendwie infiziert ist und vom Kunden und dann da Sachen abgegriffen werden, ist natürlich, schlecht, ist ja zum Glück auch mal nie passiert, wir hatten auch noch nie ein Problem, dass uns dann Coins während der Recovery verloren sind, es gibt durchaus ein Risiko teilweise, besonders bei so Fällen wie jetzt ein Sweeper-Bot, also das ist dann, da ist der Private Key schon geleakt gegenüber einer dritten Partei, die dann, ja, immer wenn Coins auf dieses Wallet gehen, die abgreifen und wir haben halt häufiger Fälle, dass da noch Tokens liegen, die halt dieser Bot nicht abgreift, aber die dann auch das Großteil dieses Wallets wert sind und wir wollen die halt runterholen und letztendlich ist das dann so ein Wettrennen, wir senden Coins hin und müssen dann ganz schnell die Tokens wegsenden, also das wäre jetzt so ein Beispiel, wo wir dann im Vorfeld auch sagen, hier ist ein Risiko da, dass die Coins verloren gehen, genauso bei jetzt Hardware Recovery, wenn wir dann merken, okay, die Festplatte ist defekt, man kann da ansetzen, aber es ist halt immer auch ein Risiko da, dass wenn man es jetzt weiter auslesen möchte, dass dann da was defekt geht, also wir wollen da schon transparent sein, wenn es ein Risiko in unserer Sicht gibt, ja, zum Glück oder also auch noch nie was passiert bei uns, wäre natürlich dann auch generell jetzt offenbar in der Sicherheit gucken wir, dass unsere Rechner zum Beispiel, die haben wir jetzt bei uns dann auch abgesichert, verschlüsselt, generell unsere PCs verschlüsselt, ja, also machen da möglichst viele Vorkehrungen, damit sowas nicht passiert, komplett verhindern könnte man es natürlich nie, weil alle Systeme sind in irgendeiner Weise hackbar, aber ja, machen da schon die Vorkehrungen dafür, uns dagegen zu schützen. Ihr habt ja vorher gesagt, wie lange es ungefähr dauert, bis ihr Erfolg habt, für den Fall, dass das Wallet wiederhergestellt werden kann. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wenn ich den Zugriff verliere, wie auf eine Klausur früher an der Schule oder Uni, die ich zurückbekomme und ich weiß ja nicht, wie lief es, lief es gut oder schlecht, das ist ja irgendwie vergleichbar, vielleicht noch deutlich extremer, wenn das Wallet entsprechend, ja, einen entsprechenden Gegenwert hat. Wann habe ich dann als Kunde Gewissheit, ob es geklappt hat oder nicht? Also wie schnell könnt ihr sagen, es wird definitiv nicht klappen, nachdem ihr diesen Antrag angenommen habt, den Kunden angenommen habt und wie viel Zeit geht gegebenenfalls noch ins Land, bis ihr dann, wenn wir die, wenn es nur noch die Fälle angucken, die ihr übernommen habt, bis ihr dann Gewissheit habt? Um mal auf deinen einen Punkt zu sprechen zu kommen mit, dass wir das danach dann realisieren, okay, das ist wohl doch nicht möglich, dadurch versuchen wir am Anfang schon so viel evaluieren und so viel Rückfragen zu stellen wie möglich, dass wir gar nicht in die Lage kommen und bis jetzt auch noch nie eigentlich in die Lage gekommen sind, dass wir jetzt einen Auftrag annehmen und danach dann doch wieder direkt sagen, hm, nee, ist doch zu schwierig, schaffen wir nicht. Also dahingehend muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Wir verstehen natürlich auch, dass es mental auch stressig ist vor einem zu wissen, okay, die arbeiten da jetzt an meinem Wallet, wo stehen die denn gerade, wie läuft es denn so? Aber da sind wir natürlich auch während der Wiederherstellung weiter am Austausch. Also wir versuchen schon wöchentlich oder alle zwei Wochen mal ein Update zu geben, wenn es so lange denn dauert. Wo stehen wir gerade? Was sind die Erkenntnisse? Wie lange könnte es denn ungefähr noch dauern? Oder gibt es denn irgendwelche weiteren Infos von dir? Also auch während der Wiederherstellung sind wir da schon weiter hin im Austausch mit dem Kunden. Es ist natürlich auch uns wichtig, dass während der Zeit einfach weiter das Vertrauen da ist und man weiß, okay, die sind ja auch weiter an meiner Seite und die haben jetzt nicht das Wallet und melden sich da monatelang nicht. Das ist ja wirklich auch nicht das, was wir den Kunden vermitteln wollen. Auch möchten wir natürlich die Erwartungshaltung immer auch dementsprechend anpassen. Okay, wie stehen die Chancen gerade? Und dann auch so transparent sein, zu sagen, okay, wir sind jetzt an dem Prozess, wir bräuchten jetzt ein bisschen mehr Import oder ja, wir gehen jetzt da weiter an den Run ran und ja, wenn wir erfolgreich sind, dann merkst du es meistens daran, wenn ich oder der Bruno dich am Telefon anruft und sagt, hey, ich denke, heute ist ein guter Tag, wir waren erfolgreich und möchte dir gerne dein Wallet wiedergeben. Und wie sind eure Erfahrungen bei der Reaktion? Ich kann mir das schon vorstellen, es gibt doch bestimmt einige, die ein bisschen größere Mengen oder Vermögen haben. Also wie reagieren die Menschen und die Kunden dann darauf, wenn ihr die gute Nachricht überbringen könnt? Also in aller Regel ist es tatsächlich sehr lustig. Da ist eine ganze Bandbreite an Reaktionen dabei, also von relativ neutral und okay, sehr cool bis hin zu, ja, sehr schönen Momenten, wo dann auch manche Kunden sogar sehr emotional werden am Telefon, weil natürlich, wenn eine ganz lange Zeit schon vergangen ist und man vielleicht das Worte 2015, 16 erstellt hat und da schon den Zugang verloren hat und dann jetzt, 2023 erzählt einem da jemand, okay, hey, wir haben es geschafft, hier hast du wieder Zugang, dann ist es natürlich auch eine sehr schöne Reaktion. Also wie gesagt, da ist wirklich alles durch die Band hinweg dabei, aber die meisten sind natürlich dann auch sehr, 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 sehr dankbar, dass wir sie anrufen und sagen, hey, hier hast du dein Wallet wieder. Also negative Reaktionen gab es bis jetzt noch keine darüber. Hattet ihr auch schon mal Fälle, wo jemand euch eben gebucht hat und meinte, ich habe vor 10 Jahren irgendeine Summe, ich weiß sie nicht mehr genau, gekauft, schaut mal, ob ihr da rankommt. Also dass der Kunde gar nicht mehr weiß, was er eigentlich hat, aber noch weiß, dass es eben zum Zeitpunkt X gekauft hat und davon ausgeht, vermutlich ist der Preis in Euro jetzt nicht so niedrig. Genau, also das kommt eigentlich sogar sehr, sehr häufig vor, dass Leute mal anrufen und fragen, hey, ich weiß damals, da habe ich irgendwo Bitcoin gekauft, könnt ihr denn da mal nachschauen, was es denn da so gibt? Leider ist es dann manchmal wirklich im Zusammenhang eher mit Fällen, wo Leute betrügernd zum Opfer gefallen sind, da wird dann, das kann man auch mittlerweile relativ schnell identifizieren, wenn Leute am Telefon beispielsweise sagen, ja, da sind Bitcoin in meinem Namen, also das ist dann oft so eine Aussage, wo man weiß, okay, wenn er sagt, ich soll mal auf der Blockchain nach seinem Namen suchen, dann wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass es da wirklich Bitcoin gibt. Aber ja, wie gesagt, es kommt relativ häufig vor, dass da Leute mal immer fragen und da nicht genau wissen, was, ob da wirklich noch Bitcoin sind. Es gab aber tatsächlich auch schon Cases, wo es dann der Fall war, wo eigentlich fast keine Informationen mehr vorhanden waren und wenn man dann gemeinsam den Kunden mal in die Hand genommen hat und mal gesagt hat, hey, lass uns mal hier und hier noch schauen, vielleicht ist da noch was vorhanden, dann tatsächlich noch auf Informationen gestoßen ist, die dann, ja, zum Wallet geführt haben. Interessant und ich stelle mir das gerade so vor wie, ach ja, da war ja was und ich habe jetzt da noch was gefunden und dann plötzlich kommt man dann doch auf diesen kleinen Schatz, den man seit, ja, acht Jahren jetzt versteckt hat und plötzlich helft ihr dann wiederum, was aufzutauchen und ich glaube, das ist schon ganz spannend. Und was ich mich auch fragen würde, wie ist denn euer Gefühl den Kunden, denen ihr helfen konntet, gebt ihr denn auch noch irgendwas an die Hand, so eine Art Guide, wie ihr das ab sofort eben das nächste Mal besser macht und zum Beispiel nicht eure zwölf Carly Seat-Wörter durcheinander tauscht, sondern sagt, so, jetzt macht das, wenn ihr es nochmal macht, macht das bitte diesmal richtig, damit wir gar keinen Kontakt miteinander haben zum Beispiel. Ja, also in aller Regel, wir geben jedem Kunden nochmal nach der Recovery auch natürlich das an die Hand, worüber wir vorhin gesprochen haben, bitte sende die Coins auf jeden Fall an ein neues Wallet, einfach zur Sicherheit. Wir sind dahingehend auch stolz, dass wir eigentlich keine Bestandskunden haben, also es kommt nie vor, dass Leute zweimal in aller Regel zu uns kommen. Es gab da schon mal einen Fall, da ist tatsächlich jemand nochmal zu uns gekommen, aber das ist zum Glück nicht die Norm. Also wenn dann jemand bei uns war, ist es danach schon so, dass die Leute wieder Zugang zu einem Wallet haben und dann auch nicht nochmal wirklich dahin kommen, dass sie keinen Zugriff mehr haben. Ist natürlich auch in unserem Interesse danach dann ja bestmöglich nochmal Informationen zu geben, hey, wie wäre es, wenn du einen Seat-Phrase-Zone so dokumentierst? Genau. Wir sagen immer als ersten Schritt, Leute, nehmt eure Coins von den Börsen, macht sie in der Selbstverwahrung, kauft euch eine Hardware-Wallet und dann ist schon mal sehr gut. Wer weitergehen möchte, kann ein Multi-Sick-Wallet erstellen, erhöht die Komplexität, erhöht aber auch die Sicherheit, wenn man es richtig macht. Wie seht ihr das aus eurer Watte? Ist so ein Multi-Sick-Wallet dann tatsächlich so viel sicherer als eben ein einfaches Hardware-Wallet? Und falls ja, erspärt es eure Arbeit dann ins Unendliche oder könnt ihr da genauso mitarbeiten? Ja, um den Punkt mal aufzugreifen, vielleicht auch sogar ein bisschen vorher. Also wir haben dann schon, wenn ihr jetzt ratet, die Coins vom Exchange runterzuwenden, da sind wir auch komplett dabei. Da haben wir halt häufig dann auch, das sehen wir dann, dass Leute noch gar nicht das System eigentlich richtig verstanden haben, wie jetzt so ein Hardware-Wall funktioniert und dann da halt Fehler passieren, wo möglicherweise dann die Coins auch komplett für immer verloren sind. Und das tut uns dann natürlich auch immer leid, das so zu kommunizieren. Also da können wir auch schon mal sagen, vorab, okay, vielleicht sogar doch erstmal auf dem Exchange lassen, wenn man noch nicht die Metaire wirklich zu 100% verstanden hat, wo man nicht mal eine Recovery mal durchgespielt hat. Also dass man da nochmal ganz sicher geht, okay, ich weiß jetzt, was ich mache, ich weiß, wie das funktioniert, wie dahinter das System mit den Seed-Wörtern funktioniert, mit der Adressgenerierung. Also dass das nochmal steht, damit am Ende das kein hoffnungsloser Fall am Ende wird, wo die Coins dann irgendwo liegen, wo sie nie wieder zurückkommen können. Und ansonsten, ja, also Multisignatur, wir haben da ehrlich gesagt nicht so viel Anfragen, wir haben einige, aber das ist schon ein recht kleiner Teil, also es ist viel weiter verbreitet, dann einfach ein Seed zu haben, ein Key zu haben, wo dann die Coins liegen. Ich sehe das durchaus, besonders jetzt in so Fällen, wo man das dann physisch dann auch im Ort trennt, die verschiedenen Keys in verschiedenen Medien speichert, dass es durchaus Sinn macht. Also das macht es viel schwieriger. Wir haben auch Fälle, wo dann leider auch Coins geklaut werden von Leuten, wo halt dann die eine Stelle, wo sie den einen Seed gesichert haben, dann halt gehackt wurde, entschlüsselt wurde und das dann verloren geht und das kann man natürlich dann vermeiden, indem man dort es über mehrere Keys aufteilt. Ja, wenn wir beim Hardware halt mal bleiben, da fällt mir jetzt zum Beispiel auch der Fall ein, du hast gemeint, Recovery Seed, den verstecke ich meistens, also verstecke in Anführungszeichen, ich weiß ja, wo er liegt, aber der fällt zum Beispiel weg und dann habe ich das Beispiel Bitbox, ich habe, ich kenne jetzt die Trezor und Ledger nicht ganz genau, aber die haben ja selbst auch nochmal ein eigenes Passwort im Gerät selbst und solange ich den Recovery Seed verloren habe, habe ich trotzdem noch auf die Bitbox zugreifen kann, weil ich zum Beispiel den PIN noch weiß oder das Passwort. Wie schwer, ich kann mir das nicht vorstellen, wie schwer ist es denn, so ein Passwort überhaupt zu erraten? Das ist jetzt unabhängig von der Bitbox, wobei da muss ich es eben oben nochmal anders eingeben. Wie errät man denn ein Passwort auf der Software-Seite, wenn ich über, wenn ich zwar, auch wenn ich Anhandelspunkte habe, Name von der Freundin, Wohnort, Geburtsdatum, wie geht man da überhaupt vor? Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung davon. Also auf der Software-Seite, da sprechen wir dann zum Beispiel als Bitcoin Core als Klienten, also dass man irgendwie eine Wallet-Datei hat, die verschlüsselt ist und da kann man zum Glück jetzt nicht wie beim Hardware-Wallet, wo dann bei den meisten Hardware-Wallets die Anzahl der Versuche limitiert ist, sondern man kann dann wirklich mit der Software dann letztendlich je nach Wallet haben wir dann mehrere hundert bis teilweise Milliarden Versuche, die wir pro Sekunde ausprobieren können und da können wir halt dann technisch immer durchrechnen. Nehmen wir einen Teil vom Wallet und gucken dann, ob wir diesen Teil entschlüsseln können und dann probieren wir da recht schnell auf meistens Grafikkarten aus, okay, können wir jetzt diesen Teil entschlüsseln und dann ist das in der Regel auch das Passwort, was dann das ganze Wallet entschlüsseln kann. Das ist halt dann der große Vorteil, wenn man dann so eine Wallet-Datei hat, dass man dann dort mit der Software ansetzen kann. Was bei der Bitbox dann nicht funktioniert, denke ich mal, weil da müsstest du ja per Hand, hast ja, glaube ich, in der Bitbox das 10 Versuche zum Beispiel, wenn wir mal die Bitbox als Beispiel nehmen, da funktioniert es ja einfach nicht. Da habt ihr ja theoretisch auch nur 10 Rateversuche, oder wird das schwierig dann? Genau, bei der Bitbox 2 auf jeden Fall, außer die optional Passphrase, das können wir dann auch wieder, wenn wir da noch den originalen Seed haben, können wir da auch wieder ansetzen mit der Software. Bei Bitbox 1, da können wir auch, wenn da noch ein Wallet-Backup da ist, das war ja mit so einer Entropie, die man dann bekommt, plus Passwort, also da haben wir auch schon Fälle gelöst, da können wir auch mit der Software anlesen. Aber wenn man jetzt wirklich nur das Wallet hat, Seed ist nicht da, dann wird es sehr schwierig. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das unmöglich ist, nur ist es dann sehr viel Aufwand, dort auch möglicherweise dann diese Sicherheitselemente, die da verbaut sind, überhaupt erstmal zu reverse-engineeren, da irgendwie eine Methode zu finden. Deswegen ist das auch, ja, aktuell, nur jetzt beim Trezor auch recht groß publik, dass man dort, je nach Firmware, dann auch ansetzen kann. Aber bei anderen Hardware-Wallets, ja, aktuell, zum aktuellen Stand noch nicht möglich. Wenn man bei Bitcoin seine Keys selbst hält, geht es ja einher mit einer sehr hohen Eigenverantwortung. Könnt ihr auf den einen oder anderen auch etwas Druck ausüben und vielleicht ihn sogar dazu veranlassen, die Finger davon zu lassen? Könntet ihr euch vorstellen, dass euer Service für diejenigen Menschen eine Art, ja, Ruhe gibt, Ruhe ausstrahlt, den Druck ein bisschen nimmt, dahingehend, dass vielleicht mit dieser Gewissheit, dass ihr da seid, dann vielleicht der ein oder andere sich für Bitcoin entscheidet, der es ohne euch gar nicht getan hätte? Man könnte das auf jeden Fall so sehen, dass wir ein Stück weit Sicherheit schon geben können. Wir haben ja die Möglichkeit, bei Verlust schon noch viele Ansätze zu entwickeln und zu probieren. Aber hier sei natürlich auch gesagt, wir sind auch keine Versicherung dahingehend. Also wir können ja nicht jeden Case annehmen und wenn man sich die zwölf Wörter, 24 Wörter nicht aufschreiben möchte, dann können wir leider auch nichts machen. Aber ich glaube zu wissen, dass sollte jetzt was passieren, ich kann mich da dennoch an Leute wenden, die sich das wenigstens mal anschauen können und dann eventuell die Coins noch wieder herstellen können, kann einem schon eine gewisse Sicherheit geben. Was natürlich wichtig ist, worüber wir auch vorhin gesprochen haben, ist, dass ich selbst die Materie auf jeden Fall verstehen muss irgendwo, bevor ich mich wirklich dazu entscheide, zu investieren. Also das würde ich dann auch in jedem Fall jedem raten, dass man das alles mal durchspielt und erst wenn man die Klarheit hat, dann wirklich rangeht und sagt, okay, ich kaufe jetzt meine ersten Bitcoin und verwahre die selbst. Und dann hast du andersrum gefragt, könnte eure Existenz, also das Existenz eures Angebots nicht auch eine Art Abschreckung für Einsteiger sein, die dann wiederum sagen, guck, nur weil die Jungs haben ein Business aufgebaut, weil die helfen dir, wenn du bei Aufbewahrung einen Fehler machst, die Aufbewahrung ist also im Umkehrschluss sehr, sehr risikoreich. Ist das nicht auch möglicherweise, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, nee, da will ich mich gar nicht rantrauen. Also ist das nicht auch so ein Gedanke, den man hat? Schwierige Frage an der Stelle. Ja, also man könnte das, vielleicht erweckt es in manchen etwas die Angst, dass man sagt, okay, die Verwahrung ist bestimmt dann schwer und deswegen gibt es solche Services. Aber wie bereits gesagt, es ist ja trotzdem irgendwo die Eigenverantwortung, um sich natürlich ein wenig damit zu beschäftigen. Also genauso kann ich ja auch Fehler machen, wenn ich das Passwort zu meinem E-Mail-Account verliere oder den Schlüssel zu meinem Haus und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich immer den Schlüsseldienst brauche. Also ein Stück Eigenverantwortung gehört nun mal dazu, was ja aber auch irgendwo der Vorteil von Bitcoin ist und dafür entscheide ich mich ja auch irgendwie dafür, eben weil ich alles in der Hand habe. Also klar kann man das so und so sehen, ist bestimmt ein zweischneidiges Schwert, aber ich denke nicht, dass unsere Existenz ein Beweis dafür ist, dass Bitcoin irgendwelche besonders hohen Gefahren hat. Ich denke eher, dass der Mensch und wenn man sich selbst damit beschäftigt, dass hier die größte Gefahr ausgeht, wenn man es nicht tut quasi. Wir wollen es nicht hoffen, aber ausschließen kann man es im Endeffekt nicht. Wie stellt ihr sicher, dass nicht der ein oder andere mit kriminellen Hintergedanken die Folge jetzt hört und sich denkt, ist ja super, ich war letztwo, habe acht dieser Worte gesehen, die letzten vier waren irgendwie verdeckt. Jetzt gehe ich mal zu euch hin und sage, hey, das gehört mir. Vermeintlich, ich habe ja einen Teil des Seeds. Wie stellt ihr sicher, dass man euch nicht dafür missbraucht? Ja, also das gibt es durchaus. Also deswegen, je nach Fall, möchten wir dann auch einen Nachweis haben, wo die Coins sind. Bitte nachweisen, dass du gekauft hast ein Screenshot vom Exchange, ein Transaktionsbeleg. Also da gibt es auch die Fälle. Also besonders jetzt, was groß ist, ist, dass Leute dann zu uns kommen mit gekauften Wallets. Es gibt auch Seiten online, da kann man dann Bitcoin-Wallets kaufen, die sind mit dem Passwort gesichert, da sind teilweise tausende Bitcoin drauf. Meistens sind die eh manipuliert, die Wallets. Also man kann das dann auch so manipulieren, dass es so aussieht, dass die Coins da drin sind. Man findet das sogar, vielleicht sogar das Passwort und dann will man es senden und dann stürzt die Wallet-Software ab, weil dahinter nicht der richtige Private Key liegt. Also so Fälle gibt es auch und da haben wir natürlich auch dann Datenbanken, bekannte Adressen, wo wir dann sagen, okay, die kennen wir. Erklär mir oder erklär uns bitte, wie ist die Wallet online gekommen und bitte dann nochmal nachweisen, dass das auch deine Coins sind. Ich glaube, es wird natürlich auch passieren, wahrscheinlich umso bekannter und größer Bitcoin wird und also alle Kryptowährungen natürlich und natürlich auch wie der Preis sich ansteigt. Deshalb ist die Frage, merkt ihr, also gerade jetzt haben wir natürlich den Fall, dass der Preis relativ lange schon seitwärts läuft, aber merkt ihr dann, gerade wenn der Preis nach oben geht, dass dann auch plötzlich relativ, dass ihr mehr Anträge habt? Definitiv. Also wir merken das schon, dass, ich würde es mal sagen, einmal ist ja auch, dass dann mehr so Zeitungen dann auch wieder berichten, wenn jetzt ein All-Time-High ist, ist das natürlich auch irgendwie eine Schlagzeile und das sind auch viele News-Outlets, die dann darüber berichten, die sonst nicht über Bitcoin sonderlich viel berichten. Also generell dann viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema ist und dann ist natürlich so, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt ein Wallet und ich komme da nicht mehr drauf, dann ist auch irgendwie, wird man da täglich dran erinnert, dann ist dieser Schmerz, kommt dann da irgendwie wieder hoch und auf das Verlagen da irgendwie eine Lösung zu finden, wieder dran zu kommen. Also das merken wir schon, dass das schon sehr, jetzt in der Seitwärtsphase oder wenn es nach unten geht, dass es dann ruhiger wird, wenn es dann wieder hoch geht, dass es dann auch merklich mehr Anfragen kommen. Wenn wir in die Zukunft schauen, was müsste sich denn verbessern, dass es weniger Anfragen für euch gibt? Also was müsste sich ändern? Hättet ihr eine Idee, wie wir dieses ganze System so vereinfachen können, dass es nach wie vor sicher ist, aber eben das Risiko irgendwie ein bisschen nimmt, dass man seinen Zugriff verliert? Ja, also das Risiko wird es wahrscheinlich noch sehr lange geben. Also mir ist jetzt auch keine einfache Lösung da im Kopf. Was wir merken, ist es schon von der User Experience bei einigen Walls jetzt immer besser wird. Also es ist schon irgendwie so Iterationen von Generationen. Wenn man sich jetzt anguckt, die ersten Walls von Bitcoin Core, das allererste Version davon, hat irgendwie ein Private Key, generiere ich eine neue Adresse, wird ein neuer hinzugefügt. Das heißt aber, wenn ich jetzt mal vor Monaten ein Backup gemacht habe und dann neue Keys generiert habe, dann sind die davon gar nicht mitgebackupt. Das war dann so ein Problem. Da haben die gesagt, okay, wir machen jetzt einfach 100 Stück direkt am Anfang. Und da musst du erst mal 100 in der Zeit generieren, damit er dann wieder neue generiert, wo ich keinen Zugriff mehr drauf habe. Und dann ist man später hingegangen mit diesen ganzen Master Keys, wo man dann mit einem Schlüssel alle folgenden Adressen generieren kann. Und so Themen werden immer geben, wo sich dann irgendwie das Wallet weiterentwickelt, die User Experience besser wird, die Möglichkeiten, wie man Fehler machen kann, auch reduziert. Ich glaube schon, das ist so ein Prozess, der da laufend ist. Und ich hätte da auch gerne Lösungen irgendwie für. Ich hoffe, dass die Aufklärung dazu beiträgt. Also an der einen Seite natürlich die Verbesserung der Wallet selbst, die ja schon wesentlich besser geworden ist als vor 5, 6, 7 Jahren. Aber einfach die Aufklärung. Wir haben ja viel mehr Inhalte und viel mehr Informationen, die man auch, wenn man frisch dazukommt, schon jetzt in der Hand hält und dir wirklich erklärt, wie du gehst mit dem Recovery Seed um, was musst du machen. Ich glaube, das kann natürlich zusammenspielen, beides. Definitiv. Also es wird auch, die Software wird reifer. Also wir haben auch viele frühe Wallets durchlassen und auch einfach Fehler drin. Also da hatte noch nicht mal der Kunde irgendwie einen Fehler gemacht, sondern da war es halt, er hat dann ein Sonderzeichen verwendet und die Software hat es nicht richtig verstanden oder hat dann mehrere Buchstaben daraus gebaut. So Themen, dass das halt alles auch jetzt durch die größere Adaption im größeren Umfeld, dass mehr Leute das benutzen, dass letztendlich das auch besser getestet wird und auch die Software dann einfach ein größeres Publikum ist und das dann auch besser angepasst wird auf die Bedürfnisse. Ich kann euch leider nicht sagen, wie genau das technisch funktionieren soll, aber ich habe letzt aufgeschnappt, dass ein Wallet-Anbieter die Idee hatte, irgendwie das Gesicht, weil man das ja sowieso mit dem Smartphone scannen kann, als Basis zu nehmen für die Erstellung des Private Keys. Würde das für euch was ändern oder ist das ein vorgelagter Prozess, der dann für die Wiederherstellung des Wallets keine entscheidende Bedeutung hätte? Da haben wir uns ehrlich gesagt noch nicht so mit beschäftigt, weil wir noch, also ich glaube, das ist ja noch etwas Zukunftsmusik. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen auch keine Anfrage ab, wo wir uns dann irgendwie damit beschäftigen müssen. Es ist schon spannend, auch wie die Frage ist, dass da dann immer auf, wir müssen ja irgendwie auf das gleiche Geheimnis dann immer kommen, auf den gleichen Key in irgendeiner Weise, obwohl ich dann vielleicht dann einen Tag irgendwie eine Sonnenbrille aufhabe, beim anderen nicht. Also das ist schon ein spannendes Thema, aber wir sehen schon häufiger, dass jetzt Leute das auch irgendwie biometrisch verknüpfen möchten, dass Wallet damit halt sowas nicht passieren kann, aber ich meine, auch da gibt es dann einen Worst Case, was irgendwie einen Unfall, dann frage ich mich auch, wie soll man dann wieder Zugriff haben, vielleicht dann auch wieder Multisignatur vielleicht eine Lösung, aber kein einfaches Thema. Das ist halt ein Thema digital, es wird sich alles verändern, auch da wird es Innovationen geben. Deswegen noch die Frage an euch, wird auch die Tools, die ihr verwendet und die Software, die ihr verwendet, da gibt es wahrscheinlich auch Fortschritt. Das heißt möglicherweise in ein, zwei Jahren wird es auch für euch wiederum leichter werden, diese ganzen Fälle zu lösen, denke ich mal. Ja, es ist so ein Hin und Wieder. Also jetzt zum Beispiel bei Passwörtern, klar, es gibt dann immer bessere Hardware, immer bessere Rechenleistung, stärkere. Auf der anderen Seite werden dann auch die Passwortanforderungen schwieriger oder es werden Algorithmen verwendet, die es schwieriger machen, das zu testen. Also es ist immer so bei Passwörtern besonders so ein Wettkampf zwischen steigender Hardwareleistung und steigender Sicherheit. Auf der anderen Seite sowas wie jetzt, wenn wir jetzt auf die physische Recovery gehen, war ja bis 2010 rein HDDs, Magnetfestplatten, jetzt haben wir fast nur noch SSDs heutzutage, also mit Flashspeicher, dann merken wir, das macht es halt für die Recovery von alten Vault-Dateien viel schwieriger, weil früher konntest du dann noch irgendwie ansetzen, obwohl eine Datei gelöscht ist, wurde die immer noch auf dieser Magnetfestplatte hinterblieben, es wurde nur als gelöscht markiert. Inzwischen bei den SSDs fast alle sind so, dass nach wenigen Minuten, die dann komplett überschrieben werden, die Dateien und unwiederherstellbar dann gelöscht sind, also das macht es dann auch teilweise schwieriger, auch erst bei Handys sind die Ansätze, die wir haben, es gibt immer noch möglich, je nach Wallet, also erstmal Wallet-Solution, aber auch, welches Gerät verwendet wird, gibt es immer noch Ansätze, aber es ist weitaus komplexer, als wenn man jetzt mit einem Wallet arbeitet, was auf dem Desktop-PC war. Vielleicht kann es Bastian, du auch noch mal ein bisschen was ergänzen aus deinem Alltäglichen. Ja, gerne. Es ist so, auf der technischen Seite definitiv so, so wie Bruno sagt, für uns entwickelt sich natürlich aber auch weiter die Möglichkeiten der Wiederherstellung, weil unser Erfahrungsschatz ist natürlich auch über die Jahre massiv gewachsen, also was am Anfang nur sich auf Bitcoin Core und solche ähnlichen Clients beschränkt hat, ist natürlich mittlerweile darauf hingewachsen, dass wir fast jedes Wallet schon bei uns irgendwo in der Anfrage mal wiedergefunden haben, und so entwickeln natürlich unsere Möglichkeiten, sich auch immer weiter generell auf Ansätze zu kommen, Ansätze zu entwickeln oder auch vielleicht Ansätze wiederzuverwenden, die davor schon mal ein anderer Kunde angefragt hat. Also würde ich sagen, ja, in Zukunft gibt es von der Seite aus bestimmt mehr Möglichkeiten, Wallets wiederherzustellen. Ich habe ehrlich gesagt alle meine Fragen gestellt. Gibt es noch was von eurer Seite, was ihr loswerden wollt? Worauf soll man achten? Welche Tipps müsst ihr, oder wollt ihr unbedingt adressieren an die Zuhörer, dass man im Idealfall nicht bei euch aufschlägt? Ja, also den Bastian, was er häufig auch heute angesprochen hat, also so der Faktor Mensch, das ist halt so ein Riesenthema, dass man da aufpassen muss, besonders jetzt auch mit Phishing, man denkt jetzt nur so, okay, ich falle nicht drauf ein, das ist nur billig gemacht, dann so eine Metamask-E-Mail, das ist schon teilweise jetzt viel, viel komplexer, also, und da machen sich auch Angreifer richtig Gedanken, weil wenn man jetzt in irgendeinem Datenleague drin ist, beispielsweise im Ledger liegt, wo dann auch Adressen, E-Mail-Adressen, all das irgendwie im Datensatz sind, und dann ein Angreifer davon ausgeht, okay, die Person, wenn ich die hacke, wenn ich die fische, dann stehen dahinter mehrere Tausende Euro, dann nehmen die sich auch die Zeit, mal weiter zu recherchieren, gucken, okay, was ist das für eine Person, finde ich irgendwie mehr Infos in Social Media, online, und bei und dann halt phishingmäßig wirklich auf die Person zugeschnitten sind, das haben wir auch schon gesehen, also, dass man das nicht unterschätzt, immer wachsam ist, was da online ist, und klar, sonst auch bei seinen Backups immer drauf aufpasst, dass man da Redundanz drin hat, und auch die Worst Cases dann darauf vorbereitet ist. Auf jeden Fall, ich würde hier gerne noch ergänzen, einfach auch die, ja, oft am Telefon mit Leuten gesprochen, die halt beim Scam, leider zum Opfer gefallen sind, wo dann wirklich die schwächste Komponente einfach der Mensch war, der den Verlust verursacht hat, sozusagen, oder, ja, leider, dann ist so zum Verlust gekommen ist, und da wäre mein Tipp, man erkennt da immer wieder Muster, wie die ablaufen, und das ist einfach so, niemals würde ein Wallet-Anbieter auf Kunden zukommen und sagen, hey, ihr müsst jetzt eure Coins abheben, indem ihr uns Geld überweist, also, das ist so ein ganz klassisches Muster, was mir dann auch immer wieder geschildert wird, dass Leute dazu gedrängt werden, Geld irgendwo hin zu überweisen, also, da sollten natürlich dann immer die Alarmglockenläuten auf sowas immer aufpassen, ähm, und einfach auch alles nochmal doppelt und dreifach checken, wie jetzt auch Bruno gesagt hat, mit den Mails, wir haben da auch schon Mails gesehen, die schauen, ja, die schauen eigentlich wirklich sehr, sehr echt aus, aber man sollte immer nochmal überprüfen, okay, wer war vielleicht der Absender, wenn ich mich auf dem Portal nochmal separat anmelde, oder in der Wallet selbst, wird mir das dann auch angezeigt und wenn man skeptisch ist, dann sollte man oft seinem Bauchgefühl auch einfach vertrauen, da. Das ist ein schönes Wort und, ähm, ich habe noch genau noch eine Nachfrage, die ist ein bisschen weg von dem Thema Aufbewahrung ist, weil ihr seid beide jetzt in diesem Geschäft unterwegs, ihr habt ein Unternehmen aufgebaut, wahrscheinlich persönlich sagt ihr aber, ihr möchtet ja den Menschen, ihr hofft, dass die Menschen das selbst hinbekommen mit der Aufbewahrung, aber aus dem Unternehmerherz sagt ihr wiederum, wir brauchen ja die Menschen, die auch Fehler machen, wie geht ihr mit diesem, mit diesem, ja, mit diesem Zwiespalt ein bisschen um? Ja, bisher sind wir eigentlich da zugegangen, äh, damit umgegangen, indem wir trotzdem den Menschen einfach die bestmöglichen Tipps geben und es kommt halt trotzdem zu Fehlern, also das irgendwie zu, komplett zu verändern geht nicht und dann sind wir halt in dem Fall da ähm, und wenn wir am Anfang vielleicht sogar einen Tipp geben konnten, dann sind wir vielleicht auch noch im Gedächtnis, wenn es dann wirklich zu diesem Worst Case kommt, also wir möchten da wirklich eigentlich, ich denke, das hilft auch der Adaption von Bitcoin sehr, wenn dann auch Leute jetzt nicht irgendwie, die den Zugang verlieren, dann das, äh, für sie das Thema irgendwie gebranntmarkt ist und sie sich nicht mehr beschäftigen müssten damit, sondern, ähm, dass sie weiterhin dabei sind, dass man vielleicht dann auch, dass wir es dann auch vielleicht auch wieder recovern und deswegen, äh, sie auch weiterhin Mitglied sind in der Community, also, ähm, ja, hat natürlich auch für uns einen Riesenvorteil, wenn, je mehr Leute das dann haben, desto mehr theoretisch kann es dann auch schief gehen, also, ich finde da eigentlich so, ähm, möglichst gut die Tipps zu geben und, äh, den Leuten dann zu helfen, dann auch, äh, Bitcoin in die Welt zu tragen und auch alle anderen Coins. Ja, dann würde ich sagen, als Abschlussfrage, wo kann man euch erreichen, wo sollte ich hingehen, wenn ich ein Problem habe? Ja, auf, äh, unserer Webseite, also wewallet.de, könnt ihr uns erreichen, da seht ihr auch, äh, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, könnt ihr schreiben, das Kontaktformular ausfüllen und ansonsten, ja, sind wir auch in Berlin, in, in unserem Office, könnt ihr uns treffen, also, ja, so sucht euch das Komfortabste aus. Ja, wir werden auf jeden Fall alles verlinken, wer da mal Interesse hat und irgendwie ein Problem hat, der sich mit euch in Kontakt treten möchte, findet ihr alles in der Episodenbeschreibung natürlich und deswegen würde ich sagen, es war sehr, sehr spannend, mal zu sehen, was da im Hintergrund so passiert, was auch passieren kann, wenn dann doch mal der Fehler entsteht und dass man da doch noch teilweise was machen kann, aber wie, ich glaube, das Größte, was ich rausnehme, dass dieser, ja, der Fehler Mensch meistens so der größte Punkt ist, wo man ansetzen muss und, äh, deswegen ist es auch so wichtig, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen und deswegen würde ich einfach sagen, Bruno, Bastian, vielen Dank für die ganzen Ausführungen, die Erläuterungen, es hat echt viel Spaß gemacht, war sehr, sehr interessant und vielen Dank dafür. Jo, dankeschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn, wenn eure Community Fragen hat, dann gucken wir auch, dass wir das irgendwie in den Kommentaren beantworten können. Perfekt, wunderbar. Dann würde ich sagen, euch weiterhin viel Erfolg bei eurem Projekt und vielleicht sehen und hören wir uns mal irgendwann wieder und ansonsten bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.